Mahlzeit! Ja, sah eigentlich ganz gut aus heute früh, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Aber zwischendurch kamen die Einkaufsmanager in die CS rein und da ist der DAX ein wenig in die Knie gegangen. Aber er hat sich schon wieder ein Stück weit erholt und liegt im Plus. Ansonsten Nachrichten aus den USA, Biontech, Moderna, müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Dann haben wir kurz vor der Sendung gab es eine Übernahme, die Aktie von Trillium, 199% im Plus, Pfizer schlägt zu. Da geht es dann weiter in den USA, Disney mit guten Zahlen, aber auch mit einer Gerichtsstreitigkeit, wo die Zahlen bei rausgekommen sind. Dann haben wir SIX, die sich umorientieren wollen. Vonovia startet das endgültige Übernahmeangebot für deutsche Wohnen und Volkswagen heute leicht wieder im Plus. Der Blick auf den DAX, wir sehen es, er ist im Plus 0,26%. Nicht schlecht, heute früh war es schon ein wenig besser. Wir waren schon fast wieder an der Marke oder waren über 1.000, 15.900. Danach kamen die Einkaufsmanager-Indizes, die waren in Europa eher ein wenig rückläufig. Auch der Deutsche für Industrie lag unter den Erwartungen, aber wir kamen auch von mehrjahreshoch. Also von daher sind wir immer noch auf einem guten Niveau. Hat trotzdem den DAX ein wenig eingeschüchtert. Wir sehen nach wie vor die gleichen Probleme. Die Delta-Variante greift um sich. Bei der Fed gab es Aussagen wieder, dass der Arbeitsmarkt noch nicht so robust wäre, dass man vielleicht schon jetzt im September ein Tapering bekannt gibt. Das hat ein wenig gestützt. Die US-Märkte haben Freitag ja auch das alles besser verarbeitet als der DAX. Und gegen Handelsende ist der DAX dann ja auch schon am Freitag wieder ins Plus gelaufen. Hat die wichtige Marke von 15.800 wieder zurückerobert. Wir hatten hier die Woche schon darüber gesprochen, dass die Bullen noch nicht aufgegeben haben, wenn wir schnellstmöglich wieder über 15.800 springen. Das sind wir heute. Wir sehen es. Wir sind auch deutlich drüber. 15.847. Im Grunde genommen hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert. Außer, dass heute die Autobauer wieder ein wenig freundlicher unterwegs sind, nachdem sie ja eine wirklich gruselige Woche hinter sich hatten. Und das stützt auch ein wenig den deutschen Leitindex. Die Nachricht des Wochenendes dann. Der Bitcoin ist wieder über 50.000 US-Dollar gestiegen. Wir haben ja auch hier schon drüber geguckt. Die üblichen Verdächtigen ziehen natürlich jetzt hinterher. Die Coinbase, die haben ja auch dafür gesorgt, dass der Bitcoin-Kurs wieder ein wenig angestiegen ist. Und wir sehen es hier. Und auf jeden Fall ist Paypal heute auch nochmal der Auslöser dafür, dass es weiter nach oben geht mit dem Bitcoin. Denn die haben jetzt auch in Großbritannien eingeführt, dass man den Bitcoin dort kaufen, verwalten, verwahren und verkaufen kann und eben einsetzen kann. Und das führt natürlich dazu, dass wir über 50.000 gesprungen sind. Coinbase hat seine Bestände aufgestockt. Hatte man bereits am Freitag schon bekannt gegeben. Und deswegen kommen wir jetzt hier wieder an diese wichtige Marke von 50.000. Wir sind leicht drüber. Sollte es weiter nach oben gehen, könnte das der Befreiungsschlag dann für eine gewisse Zeit sein. Aber wir sehen auch hier oben, wir sind noch ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt. Aber die Lage ist wieder deutlich positiver. Wer dabei ist, bleibt dabei. Bleibt investiert. Gucken, wie die Sache jetzt um 50.000 ausgeht. Wenn sie positiv ausgeht, könnte man eventuell, wer noch nicht investiert ist, auch nochmal versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Aber mit kleinem Geld bitte. Wie gesagt, Paypal, einer der Auslöser. Wir sehen das Aktie vorwürstlich leicht im Plus, wenn wir uns das Ganze anschauen. Paypal ja immer einer der großen Gewinner in der Finanzkrise gewesen. Äh, Finanzkrise. Ein wenig verwirrt, der war ja gerade heute. Der Corona-Krise. Und wir sehen es hier. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen kürzer angucken, geht auch. Wir sind hier in der Range zwischen 300 und 250 US-Dollar ungefähr in der Mitte. Heute, dass man jetzt in Großbritannien mit dem Bitcoin hantieren kann. Über Paypal ist jetzt nicht gerade die ganz große Nachricht. In den USA, wo wir wesentlich größeren Kundenstamm haben, ist das schon seit März möglich. Wer dabei ist, bleibt dabei. Wer noch nicht investiert ist und sich interessiert, der wartet vielleicht, ob es noch ein Stück abwärts geht. Wir sind hier so in der Mitte dieser Range. Könnte gut auch sein, dass es jetzt auch nochmal ein Stück nach unten geht. Aber aktuell haben wir wieder eine bessere Stimmung. Die US-Indizie ist auch vorbörslich im Plus. Und bei Coinbase gilt sowieso die Devise. Geduld ist hier gefragt. Und wer die Geduld hatte da unten, der dürfte sich jetzt auch schon wieder freuen. Wir sind zwar wieder von 280 US-Dollar ein Stück zurückgekommen. Aber jetzt sehen wir, Freitag war die Aktie im Plus. Und wenn wir uns das Ganze vorbörslich angucken, ist sie auch weiterhin wieder im Plus. Zieht also noch ein gutes Stück an. Die anderen üblichen Verdächtigen wie eine Micro-Strategy folgen natürlich auch der Entwicklung. Dass der Bitcoin über 50 ist. Damit hat man ja zum einen diese Marke geknackt. Zum anderen sind alle Kryptowährungen auch wieder mehr als 2 Billionen Dollar wert. Also zwei wichtige Marken, die hier der Bitcoin am Wochenende geknackt hat. Und mit dafür verantwortlich ist. Biontech ist wieder im Plus. Wir sehen es heute kräftig. Zum einen wird darüber diskutiert, dass man die Notfallimpfung aufheben möchte bei Biontech-Pfizer. Und dass man hier eine vollständige Erlaubnis erteilt durch die FDA. Man erhofft sich davon nochmal einen Impfschub. Weil ja jetzt immer noch alles unter Notfall läuft. Und dass vielleicht nochmal Skepsis bei den Leuten hervorruft. Dass es eben nur eine Notfallzulassung ist. Jetzt wird darüber diskutiert, dass heute die FDA vielleicht schon bekannt geben könnte, dass es keine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech-Pfizer mehr gibt. Sondern dass es eine vollständige Zulassung gibt. Und das könnte dann wiederum ein wenig Vertrauen schaffen. Wir sehen es. Die Aktie ist 6,25% im Plus. Damit sollte man das Ganze im Auge behalten. Aber es gibt jetzt auch zum Beispiel wieder kritische Stimmen. Ein Analyst der Bank of America hat zum Beispiel das Kursziel oder die Kurshöhe von Moderna als lächerlich bezeichnet. Und hat gesagt, damit man diese hohe Bewertung rechtfertigen könnte, müsste man jährlich eine Million Impfdosen verkaufen. Und alle Produkte, die man in der Pipeline hätte, müsste man auch erfolgreich an den Start bringen. Ja, ein kleines Stück Fantasie spielt natürlich auch mit rein. Aber wir sehen, so ganz Friede, Freude, Eierkuchen ist bei allen in die Lage nicht. Und Biontech ist ja auch schon um einiges mehr wert als Bayer. Ja, Pfizer sorgt heute dafür, dass die Aktie von Trillium Therapeutics, wir sehen es hier, explodiert. 199 oder 200% runden wir auf. Im Plus, die Nachricht kam eben über die Ticker, dass man Trillium Therapeutics übernehmen wird. Auch Pfizer kann davon profitieren. Aber ich glaube, hier spielt aktuell eher auch wirklich die größere Rolle, dass Pfizer natürlich auch davon profitiert, wenn hier die Notfallzulassung aufgehoben wird und man eine ganz normale Zulassung für den Impfstoff bekommt. Was macht Trillium? Das ist ein Onkologie-Spezialist, die hier im Bereich Krebsbekämpfung forschen. Und Pfizer war vorher schon beteiligt und hat jetzt eben die endgültige Übernahme bekannt gegeben. Disney, auch voraubürstlich, wir sehen es hier, über 1% im Plus. Wir haben ein kleines Gerichtsverfahren gegen Disney. Und zwar geht es hier um die gute Scarlett Johansson, die ja eben bei dem Blockbuster Black Widow mitgespielt hat und jetzt danach Disney verklagt hat, weil sie in ihrem Vertrag auch am Kinoerfolg beteiligt ist. Jetzt hat Disney aber bei Black Widow getestet, wie es aussieht, wenn man tatsächlich auch alles parallel macht. Zeitgleich mit dem Start in den Kinos oder auch zeitweise, glaube ich, um ein, zwei Tage, konnte man über den Disney Whip zu VIP-Zugang auch in den Film auf dem heimischen Fernseher gucken. Kostete 29 Euro, zum Beispiel hier bei uns, wenn man sich den Film dann anguckt. Hat jetzt, was bei dem Gerichtsverfahren rauskam, 125 Millionen Dollar eingespielt. Alleine nur über Disney Plus, dass sich hier die Leute das angeguckt haben. Und da Scarlett Johansson daran eben nicht beteiligt ist, hat sie zum einen argumentiert, dass die Veröffentlichung des Films gleichzeitig in Disney Plus eben auch an den Kinokassen den Erfolg schmälert und sie dann weniger Geld rausbekommt. Und das Verfahren ist noch offen, wie es ausgeht, werden wir sehen. Ich glaube, dass es Disney jetzt nicht so extrem belasten wird. Aber der Fakt hinter der ganzen Sache ist, 125 Millionen Dollar alleine eingespielt quasi über die heimischen TV-Geräte. Das ist auch eigentlich kein schlechter Erfolg, kann man sagen. Projekt geglückt oder Versuch geglückt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, den neuesten Film mit Drain the Rock Johnson. Der Name fällt mir gar nicht ein. Den kann man auch sich über den VIP-Zugang bei Disney angucken. Also die Werbung ist natürlich, man sieht die Filme viel, viel früher, bevor sie in den normalen Streaming-Dienst eingegliedert werden. Also keine schlechte Idee. Also auf jeden Fall hat Disney ordentlich Geld in die Kasse gebracht. Netflix gucken wir uns dann natürlich auch an und wir sehen auch hier, wir sind wieder an der entscheidenden Marke. Auch hier, Streaming-Geschäft läuft weiter, obwohl die Zahlen ja nicht so komplett überzeugt haben, sind wir wieder an der wichtigen Marke hier von 550 US-Dollar. Wenn die Aktie darüber geht, dann könnte es durchaus sein, dass wir ein neues Allzeithoch sehen. Auf der Suche nach neuen Einnahmen hatte Netflix ja zuletzt gesagt, wir haben ein wenig Probleme mit neuen Produktionen. Aber dem Kurs hat das so viel Abbruch nicht getan. Wir sehen es hier, geht die Aktie über 550 raus, ihr könnt auch noch ein gutes Stück nach oben gehen. Also wer investiert ist, ist dabei. Wer auf Streaming mitsetzen möchte und alles, für den würde ich eher sagen, wenn wir uns das Ganze angucken, für den ist für mich die interessantere Aktie einfach das Papier von Disney, weil hier noch mehr Potenzial nach oben schlummert. Wenn man überlegt, dass die Parks noch nicht ausgelastet sind, aber jetzt erst wieder oder schon, muss man sagen, profitabel sind und alles. Auch hier sehen wir, die Aktie dreht jetzt wieder hier bei 175 US-Dollar. Wer ein wenig auf Sicherheit gehen will, der wartet, ob der Widerstand bei 180 geknackt wird. Ich denke schon. Ich denke, dass es weiter aufwärts geht. Die Aussichten für Disney bleiben wirklich gut, obwohl ich auch hier immer ein wenig skeptisch war und gefragt habe, was soll man da alles noch einpreisen. Tja, jetzt kann man noch die vollständige Auslastung der Parks einpreisen, dass die dann noch profitabler werden. Dann die Schiffe, wenn die auch wieder fahren. Und wie wir sehen, funktioniert es auch nicht schlecht, da über den Streamingdienst die Kinofilme sofort oder besser gesagt parallel anzubieten. General Motors im Minus vorbörslich. Wir sehen es 2,44%. Es wird ein wenig teuer für den amerikanischen Autobauer. Jetzt müssen alle Bolt-Elektroflitzer zurückgerufen werden. Wir sprechen hier von rund 140.000 Autos. Die Batterien können wohl anfangen zu brennen. Es wird eine Milliarde Dollar kosten, die Rückrufaktion. Und deswegen die Aktie heute unter Druck. Sie ist ja zuletzt wirklich gut gelaufen. Nach den deutschen Autobauern sind ja die US-Autobauer angesprungen. Jetzt korrigiert sie wieder. Ein gutes Stück, wie wir es auch bei den Deutschen sehen. Eine Marke von 40 Euro haben wir hier. Aber wir müssen natürlich auch den Naisy gucken. Aber wir sehen auch hier, ähnlich wie bei den deutschen Autobauern, ist hier eine wichtige Unterstützungslinie gerissen. Und eine Rückrufaktion ist ja natürlich nicht förderlich. Also auch hier muss man gucken, wie es weitergeht. Der gute Run hier erst einmal auch vorbei. Wenn wir uns noch die 200-Tage-Linie dazu holen, sehen wir auch hier, sind wir jetzt runtergegangen. Also hier trübt sich das Bild schon wieder ein wenig ein. Also es ist ein wenig vorsichtig geboten. Allerdings oder aktuell nur eine Halteposition könnte durchaus noch runtergehen bis 45 US-Dollar oder noch ein Stück tiefer. Ab 40 US-Dollar, wenn ich nicht investiert wäre und Interesse hätte in dem Bereich, würde ich sagen, hier kann man sich die Aktie in aller Ruhe wieder anschauen. Dann dürfte auch alles verdaut sein. Vonovia heute im Minus. Europaweit sind aktuell die Immobilienaktien ein wenig unter Druck. So einen richtigen Auslöser gibt es nicht dafür. Das Einzige ist, dass eine leichte Umschichtung wieder erfolgt. Die Anleger sind wieder bereit, wenn wir uns gleich auch die Tops und Flops angucken, ein wenig mehr Risiko zu gehen. Und die Verlierer der vergangenen Tage oder der vergangenen Woche sind heute alle auch ein wenig im Plus oder ganz gut im Plus. Damit sehen wir auch hier, der erste Versuch ist gerade mal wieder abgeblockt. Wir kommen nicht über die 60 Euro wieder rüber, aber nur kurz drüber. Damit wird es noch ein wenig dauern. Wer sich interessiert, wir sehen es auch hier, haben wir schon etwas länger. Eine Range, in der sich die Aktie bewegt, mit einem kleinen Ausbruch nach unten. Aber im Bereich von 55 Euro könnte die Aktie durchaus wieder interessant werden. Grund solides Investment für die Zukunft. Aber jetzt kommt es halt eben auch darauf an. Klappt die Übernahme der deutschen Wohnen im zweiten Anlauf? Management ist sich ja einig, dass es von Vorteil wäre. Die Anleger sind sich da noch nicht so einig. Und ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob es klappt. Ziel ist, 50% Plus zu erreichen. Heute startet ja das Angebot. Wer annehmen möchte, sollte. Aber ich glaube, es wird nicht klappen. Und dann kann man auch auf höhere Kurse bei der Deutschen Wohnen spekulieren. Wir haben es vorhin gesagt. Autobauer heute wieder im Plus. Wir sehen es. VW kämpft immer noch mit der 200-Tage-Linie. Und mit der Unterstützung bei 200 Euro. Die ist erstmal gefallen. Aber heute, nachdem die Autobauer in der vergangenen Woche ja vier Tage am Stück komplett verloren haben. Freitag hat sich das Bild dann schon wieder ein wenig aufgehellt. Das setzt sich heute ein wenig fort. Und deswegen ist auch der DAX im Plus. Das ist ein Autobauer. Ja, groß gewichtet im DAX. Genauso wie die Pharma- und Chemiekonzerne. BASF, Bayer und Covestro. Und wenn die alle dann in Minus sind, dann hat es der DAX schon überhaupt sehr schwer ins Plus zu kommen. Heute sehen wir dann wieder, dass die Aktien, die zuletzt ein wenig unter Druck waren, sich wieder erholen. Delivery Hero legt zu. Adidas hat ja auch von fast 330 Euro Richtung 300 sich zurückentwickelt. Korrigiert jetzt heute wieder am Plus. Deutsche Bank auch hier. Wir sehen es wieder leicht im Plus. Infineon auch legt zu. Und Siemens Energy springt auch ins Plus. Und hinten die Aktien, die zuletzt immer gut gewonnen haben. RWE heute auch mit einer guten Nachricht. Man lotet aus, in Japan schwimmende Offshore-Anlagen zu bauen. Auch hier hat sich was getan. Merck, sowieso einer der großen Gewinner der vergangenen Wochen. Deutsche Wohnen. Wir sehen es. Übernahmeangebot ist gestartet. Leichte Minus. Und SAP auch zuletzt ganz gut gelaufen. Gibt heute wieder ab. Das spricht sollen wir nicht dafür, dass wir sehen, wir haben nicht mehr diese einheitliche Linie im DAX, wie wir sie früher auch mal hatten. Da ging es ja dann bei guten Nachrichten, die allgemein waren, hatten wir so, in der Flut steigen alle Boote. Da haben sich fast die DAX-Titel gegenseitig hochgezogen. Jetzt ist so ein wenig das Problem. Wir sehen vielleicht nicht so eine Korrektur im Großen und Ganzen. Gut, der DAX war schon etwas angeschlagen. Aber wir sehen es in erster Linie auch durch die Autowerte. Und wenn die sich jetzt wieder erholen, geht der DAX auch wieder nach oben. Und hier haben wir halt immer noch die Probleme mit dem Chipmangel. Aber irgendwann sagen die Anleger halt auch, genug ist genug. Genug korrigiert. Und das könnte bei den Autobauern jetzt auch der Fall sein. Und dann könnte es auch mit dem deutschen Leitindex im Allgemeinen wieder nach oben gehen. Sext. 2,26 Prozent im Plus. Man hat neue Geschäftsfelder ausgemacht und hat da auch direkt schon investiert. Der Autovermieter zeigt mal wieder, dass er wirklich sehr clever unterwegs ist. Und auch immer wieder die Weichen für die Zukunft clever stellt. Man investiert 500 Millionen Euro in Ladesäulen. Man bereitet sich darauf vor, auch wenn zum Beispiel autonome Flotten an den Start gehen, auch hier darauf vorbereitet zu sein, hier quasi die Leitung zu übernehmen, wenn die außer Betrieb gehen. Also die müssen dann ja irgendwo hin, wo sie wieder aufgeladen werden. Müssen ja sauber gemacht werden und alles. Und da hat sich Sext auch positioniert. Also man sieht, Zukunftstrends gehen an Sext nicht vorbei. Man ist früh genug dabei und man investiert auch in eigene Ladesäulen. Also von daher Sext immer wieder gut. Und aktuell für mich eine sehr gute Halteposition, wo man dabei bleiben kann. Tja, der Plan mit Borussia Dortmund ist dann ja wohl nicht aufgegangen. Ja, ich habe gedacht, nach dem fulminanten Auftakt gegen Frankfurt können sie auch dieses Niveau halten. Haben sie aber nicht. Erst hat es beim Supercup einer auf die Mütze gegeben. Dann hatten wir Freitag die schärfere Korrektur auch nochmal an den Märkten, wo es die Aktie nochmal richtig nach unten gedüdelt hat. Und dann die Niederlage in Freiburg. Also, da fühlt man sich an alte Zeiten erinnert. Die Sprunghaftigkeit zwischen Titelaspirant und, ja, Abstiegskandidat nicht, aber Mittelmaß, die waren auch vergangene Saison immer mal wieder bei Borussia Dortmund da, dass die Mannschaft nicht konstant ihre Leistung abgerufen hat. Und jetzt muss man sagen, gegen Bayern keine Chance gehabt, in Freiburg verloren. Deswegen sind wir unter 6 Euro. Charttechnisch ist die Aktie damit angeschlagen. Aber ich warte noch bis Freitag. Freitag kann das Ganze auch schon wieder sich drehen. Da gibt es nämlich das Freitagsspiel, das Freitagabendspiel. Und da ist Borussia Dortmund wieder dran. Und da geht es gegen Hoffenheim. Vielleicht sieht es danach ja wieder ein wenig freundlicher aus. Wir wissen ja, so Borussia Dortmund ist eine Aktie, die kann man nicht unter diesen ganz normalen Gesichtspunkten greifen. Hier muss man schon ein wenig auf die Charttechnik gucken. Das geht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wie so ein kleines Wettbüro. Die Aktie hat man Titelchancen, spielt man gut in der Champions League, dann steigt die Aktie, kommt man hier nicht sehr weit und bleibt der sportliche Erfolg aus. Dann geht es runter mit der Aktie. Und jetzt sind die Bayern wieder vorbeigezogen. Das sind aber auch nicht Tabellenführer. Und der Abstand ist jetzt auch nicht so groß. Und nach dem zweiten Spieltag kann man sowieso noch nicht einschätzen, wie es nach 34 Spieltagen aussieht. Alles gut, alles klar. Trotzdem, dass Borussia Dortmund mal wieder eine Niederlage gegen vermeintlich kleinere Gegner erlitten hat, das belastet. Und das erkennt man aus dem Vorjahr. Und da werden wieder böse Erinnerungen wach. Und deswegen ist die Aktie von Borussia Dortmund ja kein Lichtblick heute im Musterdepot. Allerdings sonst läuft es ganz gut. Wir sehen es. Verbio erholt sich wieder kräftig. SGL Carbon legt auch wieder ein gutes Stück zu. Neolithium zieht an. Im Grunde genommen viele Werte im Plus. Vata auch schon wieder im Plus. Also auch hier geht es wieder nach oben. Natürlich haben viele wieder jetzt für die Aktie getrommelt. Allerdings, man muss die Geschwindigkeit im Auge behalten. Gucken, wie es weitergeht. SLM Solutions hat es auch wieder ins Plus geschafft. Meier Burger auch und Biontech sogar auch. Hier haben wir ja eben zu Beginn der Sendung schon drüber gesprochen. wo Borussia Dortmund, South West Airlines, hier haben wir die Delta-Variante und BASF kommen halt noch nicht so richtig in Schwung. Wer aber richtig im Schwung gekommen ist und aus dem Wochenende total erholt wieder da ist, ist unsere Vanessa. Hallöchen. Ja, in der Tat, bester Laune starten wir in diese Woche. Und mit der Frage von Andreas. Der fragt, was du von British American Tobacco hältst. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich hatte die, die hatte ich sogar ins Dividendenmuster-Depot gekauft, was natürlich aktuell nicht so gut läuft. Aber hier kommt es ja auch in erster Linie auf die Dividende an. Ich finde die Aktie gut, als ich sie damals in das Dividendenmuster-Depot reingekauft habe. Wir sehen es, so ganz gülden läuft es nicht aktuell. Da war ich davon überzeugt, dass es ganz gut ist. Wo ist sie denn? Da haben wir sie. Aber sie liegt seitdem, wie wir sie aufgelegt haben, hier leicht im Minus. Aber es ist ein Dividendenwert. Ich finde, viele sind unterbewertet. Wenn wir uns den ganzen Tag angucken, hier drei Jahre, sind wir hier wieder auch charttechnisch an der Hürde. Zuletzt hatte ich darauf spekuliert, dass sie eben hier rausgeht. Wenn es über die 2,5 wieder drüber geht, dann könnte das durchaus wieder was werden. Klar, aber hier sind immer mal wieder Rückschläge einprogrammiert. Ich hatte sie ins Musterdepot aufgenommen und danach kam dann direkt auch noch mal eine Ansage der Gesundheitsbehörden, dass man eben nicht mehr so viel Nikotin reinmachen darf und das alles ist. Aber ich finde, insgesamt sind sie gut aufgestellt. Auch mit Non-Smoke-Products. Und ja, ich finde, kann man machen. Wenn man langen Atem mitbringt, auch mal ein paar kleinere Rückschläge verkraften muss. Die Dividendenrendite ist gut. Da müssen wir nicht drum herum reden. Wir müssen uns das angucken. Hier wird sie gerade angezeigt, aktuell auf dem aktuellen Niveau. Mit 8%. Wer es mit seinem Gewissen vereinbaren kann? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen es. Das KGV unter 10 ist auch nicht schlecht. Die Wachstumsaussichten, wenn wir es hier angucken, sind auch wieder vorhanden. Und ja, im Grunde genommen, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, spricht überhaupt nichts gegen den Einstieg bei British American Tobacco. Das Einzige, was wirklich da nicht so berauschend ist, ist der Kurs. Wir sehen es hier. Zigaretten sind auch schon wieder teurer geworden seit ein paar Wochen. Oder es klappt sogar seit über einem Monat. Aber wie gesagt, gehen wir über die 2.500 hier raus. Könnte durchaus nochmal was werden. Ja, ist ja nicht komplett spekulativ, ist aber auch nicht konservativ, liegt sie irgendwo in der Mitte, aber eine ganz gute Idee. Okay. Für jeden, der sich jetzt fragt, was wurde denn da gerade im Chat angepinnt? Ich war es. Nämlich die OnVisner Bank, die hat aktuell wieder eine Aktion, 100 Euro Tradegut haben, könnt ihr euch da sichern, und dauerhaft für nur 5 Euro Orderprovision handeln, egal wie hoch die Order ist. Also sowohl Kauf als auch Verkauf für 5 Euro. Und 100 Euro gibt es noch obendrauf, also für alle, die gerade überlegen, ob sie sich jetzt mal noch ein Depot eröffnen oder vielleicht ihren Broker wechseln wollen. Da gibt es gerade die Aktion bei der OnVisner Bank. Den Link setze ich euch natürlich auch noch an die Videobeschreibung. Und die Antje hat gefragt, meine Frage bezieht sich auf die Solarwerte. Warum haben die alle in den letzten zwei Wochen so massiv nachgegeben? Also alle, ja, Zinsen und alles spielt da auch mit rein. Klar, auf der einen Seite sind die Solarwerte für die Zukunft unabdingbar, aber auf der anderen Seite sind auch viele davon noch nicht so richtig profitabel, besonders die in den USA. Und deswegen gab es hier einige Rückschläge. War ja auch, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass die Zinsen vielleicht eventuell nächstes Jahr irgendwann wieder steigen und alles ist so ein Mix. Die Aktien sind bis zum Jahresanfang, wenn wir uns zum Beispiel jetzt einfach mal als Beispiel SMA Solar angucken, hervorragend gelaufen und jetzt dann wieder dieses gute Stück zurückgekommen. Jetzt kämpft die Aktie mit der Marke von 40 Euro. Geht es darüber, könnte der Verfall jetzt erstmal wieder gestoppt sein? Ja, es ist immer noch ein heikles Thema. Ich finde, es ist übertrieben, aber sich gegen den Markt zu stemmen bringt ja auch nichts. Wenn wir es jetzt hier sehen. Wenn sie da jetzt wieder drüber geht, alles eigentlich in Ordnung, aber sie sind angeschlagen. Zu Recht finde ich es jetzt so nicht. Ich fand die Zahlen von SMA Solar jetzt auch nicht so schlecht. Also, aber wenn wir uns das Ganze angucken, sind wir natürlich, wenn wir uns die 200-Tage-Linie angucken, ein gutes Stück weit davon entfernt. Und es dauert halt noch ein wenig, bis hier wieder wirklich Fantasie reinkommt. Auf der anderen Seite, klar, wir kommen an diesen ganzen Aktien nicht vorbei, für die Zukunft, für eine emissionsfreie Zukunft. Ich würde jetzt hier mal warten, wie das ganze Spieltien um die 40 Euro ausgeht. Wenn ich investiert wäre, würde ich weiter dabei bleiben. Ich weiß ja nicht, wie sehr man im Minus ist oder sonst was. Dass sie irgendwann wieder kommen und sich wieder erholen, ist für mich völlig klar. Nur aktuell ist es ähnlich wie bei den China-Aktien. Die Frage ist einfach, wann geht es hier wieder bergauf? Wir sehen es immer mal wieder. Ging es ein Stück bergauf, dann ging es wieder bergab. Ja, ich würde dabei bleiben. Und über 40 kann man sich die Aktien durchaus wieder angucken. Dann fragt Remington, lese ich tatsächlich auch schon seit Tagen im Chat, nach Heisen Motors. Heisen für Sonn. Heisen. Ja, da gucken wir morgen drauf. Wir notieren das mal. Wir haben vielleicht auch eine Aktie für morgen, die vom Bauer Jürgensen. Eine Einschätzung zu I-Sun wäre schön. Solar Carport Bauer mit Ladetechnologie für Elektroautos aus den USA. Hört sich nicht uninteressant an. Kennst du I-Sun schon? Nein, ich kenne nur Beam. Die machen das auch. Haben ihre eigenen Ladesäulen mit Elektro-Dach drüber. Aber gucke ich mir auch dann. Ja, bis morgen an. Okay, also Heisen und I-Sun. Das verreimt sich ja. Du bist am Reim hier, ne? Der Wahnsinn. Und dann kommt noch der Apfelkäfer. Der fragt nach Louis Vuitton. Das freut sich leider nicht. Also LVMH. Ich sehe, ich habe dich gerade schon mit Handtäschchen am Abend gesehen. Ja, es geht ein Stück bergab. Es ist aber jetzt auch kein so großer Beinbruch. Die Aktien haben sich, hatten wir doch eigentlich schon Freitag, oder? Nee, Freitag hatten wir doch Kehring, Gucci. Da haben wir ja schon eigentlich die Einschätzung für Luxusgüter gegeben. Aber wir gucken auch noch mal hier zusammen drauf. Ist jetzt kein Beinbruch. Aktie, vielleicht in Euro hört sich das jetzt extrem an. Aber wir sehen den Anstieg hier. Und da hat sich die Aktie zum einen eine Verschnaufpause verdient. Zum anderen haben wir die Delta-Variante. Und zum anderen noch die Befürchtung, dass dadurch in China der Konsum von Luxusgütern wieder ein Stück weit zurückgeht. Die Zahlen haben sich gepasst, als man sich das Ganze angeguckt hat. Wenn man sich das Ganze angeguckt hat, dass sie jetzt ein Stück zurückkommt, ist völlig okay. Heute liegt sie schon wieder am Plus. Also wenn ich sie hätte, würde ich mich davon auch nicht verrückt machen lassen. Wir sehen es. Heute geht es 3,3% wieder nach oben. Also zum einen teilweise wirklich normale Korrekturen nach dem steilen Anstieg, den wir hier gesehen haben. Und zum anderen ein Stück weit auch auf die Delta-Variante geschoben. Aber insgesamt sind die Aussichten nach wie vor gut. Meinst du, das ist noch ein Einstiegszeitpunkt? Ich tue mich, ja, würde ich... Ist riskant, aber auf lange Sicht glaube ich schon, dass sie höher geht. Aber jetzt muss man tatsächlich abwarten, ob die Delta-Variante da wirklich nochmal in die Zahlen reinhustet. Ob es tatsächlich ein gutes Stück zurückgeht. Wenn man langfristig investiert will, sagen möchte, 18, 12, 18, 24 Monate, ja, finde ich, ist ein guter Einstieg. Wir sehen, wir haben schon lange nicht mehr im Kurs so einen großen Rücksetzer gehabt. Also, ja, aber da muss ich langfristig dabei bleiben und auch gucken, wenig Geduld mitbringen. Also wenn wir uns das nochmal in den Fundamentaldaten angucken, ist es jetzt mit 30 schon kein Schnäppchen mehr. Sie werden weiter wachsen, aber auch ich glaube nicht, dass es nicht nochmal so schnell geht. Also wir sehen es hier, wenn wir uns das Ganze in Ruhe angucken, KGV von 30 ist jetzt nicht mehr so billig. Dividendenrendite nimmt man zur Kenntnis, das ist kein Kaufangebot. Hier sieht man, sie werden laut Schätzungen der Analysten weiter wachsen. Aber hier muss auch wirklich weiterhin alles passen bei dem KGV, der jetzt so schnell gekommen ist. Wir sehen es, als alles noch richtig gepasst hatte, hatten wir auch ein KGV von 30 hier. Aber, ja, auf lange Sicht, ja, muss man aber Geduld mitbringen und nicht darauf vertrauen oder hoffen, dass es wirklich jetzt nochmal so einen Extremsprint gibt, wie wir zuletzt im Kurs gesehen haben. Okay, also Minute 30 und 45 Sekunden. Wir haben für morgen auf der Liste Eisern und Heisen. Ich wollte es noch einmal sagen. Und starten mit guter Laune in die Woche. Ich wünsche euch einen tollen Montag. Und wir haben uns morgen. Ich überlege jetzt noch ein paar. Lollek und Bollek gab es. Und was gibt es noch? Ratze und Rübe in der Rappelkiste. Ja, wer noch andere Vorschläge hat, gerne unter das Video posten. Ich bin immer offen dafür. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen wieder.